Servus liebe World of Warcraft Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich versuche mich heute kurz zu halten. Es ist mal wieder ein weiteres Meinungsvideo von meiner Seite aus. Darum, bevor wieder irgendjemand ums Eck kommt, ich würde zu viel labern und keine Informationen bringen. Das ist so gewollt, das ist ein Meinungsvideo. Ähm, worum es mir heute geht, ist so die, ja, Entscheidungen der vergangenen Tage, die Blizzard so getroffen hat, dass sie sehr, sehr unglücklich sind, sagen wir es mal so. Also, grundsätzlich fangen wir mal vorne an. Grundsätzlich, die Spieler sind aktuell nicht wirklich happy oder einige sind es zumindest nicht wegen, weiß nicht, Balancing-Problemen. Es kommt kein Content laut ihrer Meinung und schieß mich tot. Es ist sehr, sehr viel, was die Spieler im Internet kritisieren. Ist davon alles gerechtfertigt? Hm, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich bin immer noch der Meinung, dass man halt auch ein bisschen Verständnis für die Seite von Blizzard haben muss. Was Balancing angeht, du wirst es nie schaffen, alle Klassen komplett gleich zu balancen. Was Content angeht, weiß nicht, vor vier Monaten haben wir noch davon gesprochen, dass die Add-on-Verschiebung korrekt war. Oder vor sechs Monaten. Dass man ja Mitleid mit Blizzard haben muss und ein bisschen Verständnis, dass die auch aktuell nicht richtig arbeiten können. Und jetzt, ein halbes Jahr später, ist alles quasi egal. Und jeder haut trotzdem munter weiter drauf. Ich finde, das funktioniert so dann halt auch nicht. Aber gut. So ist das Internet. Jeder meint, er hat recht. Und jeder haut drauf, wie es ihm gefällt. Da ist es egal, ob man sich gut ausdrückt oder nicht. Ähm. Nichtsdestotrotz. Auch wenn ich der Meinung bin, weiß nicht. Klar, ich würde mir auch wünschen, dass aktuell ein bisschen schnellerer... Oder dass zumindest schon mal der Patch 9.1 auf dem PTR wäre. Das wäre eine große Hilfe. Weil ich der Meinung bin, dass Blizzard aktuell was tun muss. Aber, was ich jetzt in diesem Video sagen möchte. Ich bin ja normalerweise jemand, in letzter Zeit war ich sehr oft auf Seiten von Blizzard. Einfach, weil ich sage, weiß nicht, manche sagen, gehören eben dazu, kann ich verstehen und so weiter und so fort. Was ich aber jetzt nicht verstehen kann, und da muss ich dann auch ein bisschen Kritik üben, sind die Sachen, mit denen sie in letzter Zeit halt Schlagzeilen gemacht haben. Das sind dann zum einen Verzögerungen, eventuelle und irgendwelche Gerüchte von Insidern. Wonach es Probleme bei Blizzard gibt. Das sind Sachen, das ist unüblich für Blizzard. Weil, also ich sage mal, bei anderen Spiele-Schmieden kannte man es schon. Oder kommt es öfters vor, dass da mal jemand plaudert und sagt, hier und da, da läuft's nicht und so weiter und so fort. Bei Blizzard kam das meines Wissens nach aber eher selten vor. Oder bisher noch gar nicht. Ähm. Dementsprechend ist das, glaube ich, ein Grund, der zeigt, dass aktuell läuft's nicht so rund. Aber, was ich dann eben nicht verstehen kann seitens Blizzard, ist, dass sie so Aktionen bringen, wie mit der Spielzeit. Es mag auf den ersten Blick eine kleine Sache sein, ähm, weiß nicht, dass es jetzt nur noch 60 Tage zu kaufen gibt und nicht mehr 30, 90, 180. Mir ist es komplett wurscht. Ähm. Abonnements und so weiter laufen auch weiterhin und ich habe immer mein Einmonats-Abo und das wird, so wie ich das verstanden habe, auch weiterhin funktionieren. Und selbst wenn es nicht so wäre, mir wäre es auch ziemlich egal, ob jetzt zwei Monate oder ein. Mich persönlich juckt es nicht, aber ich kann halt viele verstehen, die dann sagen, weiß ich nicht, sie, weiß nicht, haben Sinn in einem Alter, wo sie keine Kreditkarte oder Paypal haben. Das brauchst du, um ein Abo abzuschließen. Beispielsweise. Ähm, oder die sagen, weiß nicht, finanziell ist es gerade ein bisschen schwierig, du kannst dir halt einfach nicht das Commitment erlauben und sagen, jetzt ein Abo abzuschließen, was ständig läuft. Wobei ich da sagen muss, ihr könnt ein Abo abschließen für einen Monat, direkt danach wieder kündigen, das Geld wird euch abgebucht und es ist quasi im Endeffekt noch so, wie, als hättet ihr einfach einen Monats-Single gespielt. Aber ich kann halt die Leute verstehen, die sagen, sie wollen sich nicht über ein Abo binden. Ich war früher genauso, wollte das auch nicht und wollte immer einzelne Monate kaufen. Es gibt halt in gewissen Bereichen, in gewissen Bereichen ein bisschen mehr Flexibilität. Deswegen, das ist so eine Sache, die ich aktuell Blizzard ankreiden würde, da ich es nicht verstehen kann. Ich habe vollstes Verständnis für Sachen wie, weiß ich nicht, Verzögerungen und gerade läuft es nicht so wegen Corona. Ich merke es ja selber an der Arbeit oder mit der Arbeit. Es ist aktuell eine super schwierige Zeit, wo Sachen so laufen, ja, das hätte keiner gedacht. Und da kannst du dich mit so einem großen Unternehmen, wenn du es gewohnt bist, zusammenzuarbeiten. Da stellst du dich nicht einfach mal in zwei Tagen um. Das kann ich voll und ganz verstehen. Was ich dann aber eben nicht verstehen kann, ist, wenn Blizzard sowieso schon ein bisschen Probleme gerade hat bei den eigenen Spielern, die ein bisschen, weiß nicht, wütend ungehalten sind oder whatever, dass sie es dann schaffen, so Sachen zu bringen, wo du denkst, selbst wenn sie es machen wollen, mich das nicht stört, aber der Zeitpunkt der Veröffentlichung, das ist was, wo ich sage, das hat ja Blizzard in der Hand. Die hätten ja auch sagen können, aktuell könnte man vielleicht nicht noch negative Publicity gebrauchen, wir warten da jetzt nochmal drei, vier Monate mit. Oder anstatt den Leuten das einfach vor den Latz zu knallen und zu sagen, hier habt ihr, mal eine Begründung mit anbieten, auch wenn es gelogen ist. Das ist meine Güte, aber es hört sich trotzdem besser an, als wenn du sagst, hier, da, so ist das jetzt und da gibt es auch nichts mehr dran zu rütteln. Also die Art und Weise, wie Blizzard aktuell kommuniziert, das finde ich schwierig. Genauso wäre es schön zu hören, ich weiß nicht, ich habe vollstes Verständnis, wenn der Patch noch ein bisschen braucht, aber dann sollen sie bitte Wasserstandsmeldung geben, wie es aussieht. Und nicht BlizzCon, hier habt ihr Trailer und dann, zack, hören wir jetzt erstmal drei Monate gar nichts mehr. Aber gut, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr über dieses Thema denkt, ich bin sehr, sehr gespannt und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, wünsche ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Video, reingehauen!